Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Ja, ich hab mich hier ein bisschen verlaufen, war aber total unnötig, denn wir müssen zur Folterkammer und ja... Moment, also ich hab kurz bei YouTube nachgeschaut, wo wir lang müssen, denn ich war hier wie gesagt noch nie in meinem Leben. Und ja, sowas kann dann mal passieren, tut mir leid. So, geh mal weg hier. Bah, hier ist alles so ekelhaft, ne, ehrlich. Lach. Widerwärtig. Nein. Wieso denn zur Hölle? Ach, kommt schon, ist doch witzlos. Kommt, das machen wir anders. Das regeln wir mal eben kurz anders, weil ich sonst nicht mehr weiß, wie wir da hinkommen. Ist ja schlimm. Komm, ich will hier raus, ich will hier ganz raus. Ich hab gesagt, ich will hier raus. Ihr dämlichen Herzlosen. Mann, 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 Mann. So, einmal Gummi-Jet. Jawohl. Machen wir die leichte Pussy-Variante. So. Einmal bitte Warp. Und dann klappt das schon. Jawohl. Geht doch. Seht ihr, so leicht kann man das hier umgehen. Nein. So. Also, auf ins Spielzimmer. Genau da wollte ich rein. Meine Güte. Ist mir denn sowas verwehrt? Also ehrlich. Das kann doch wohl jetzt nicht sein, ne? Mann, 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 Mann. So. Ähm. Ich muss jetzt überlegen. Ich bin jetzt hier in dem Spielzimmer. Wir haben diesen Hebel hier gedrückt. Und ja. Dann gehen wir mal weiter. Ich versuch's zumindest. Ist ja kein Zuckerschlecken für mich. Denn ab hier wird's natürlich blind. Und ja. Hier muss ich jetzt mal eben aufpassen. Denn ich glaube, ich darf hier nicht runterstürzen. Äh. So. Moment. Verzieht euch, ihr blöden Wichser. So. Gibt's doch gar nicht. Was hab ich hier nur getan? Ehrlich. Ne, 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 ne. So, die Kiste, da haben wir schon fertig. Oh, da ist noch eine schöne. Nehmen wir doch gleich mal mit. Wir nehmen alles mit. Ein paar Welpen sind frei. Das ist sehr, sehr gut. Gut. Das ist hervorragend. Und ja. Was ist hier? So ein dickes, großes Maul. Ne. Können wir nicht ab. Brauchen wir auch nicht. Ähm. Wir müssen hier irgendwo lang klettern. Ich muss nur gucken, wo. Hau ab da oben. Ey, schmeißt mich hier ja nicht runter. Sonst. Sonst schwör ich euch eins. Euer Tod wird nicht lange auf sich warten lassen. Ihr Penner. So. So. Ich glaub, das hier war schon ganz gut. Ne. Ich bin wieder auf einer falschen Ebene. Ich dreh am Rad. Hahaha. Mann. Warum geh ich hier immer auf einer falschen Ebene? Ist ja schlimm. Ne. Da will ich nicht lang. Ich will nach oben. Oh Gott. Hier sind viel zu viele Ebenen. Hau ab da jetzt. Ich will. Ich will doch nur da oben rauf. Mir ist es vergönnt, da rauf zu kommen. Ich wollte da gerade rüber springen. Aber da haben wir sie doch. Die Folterkammer. Oh. Ugi-Bugi, gib mir das Herz wieder. You want it? Well then, come on over and get it. Ah. Ah. Now. Let's see if I can get their attention. Ohana. Nein, niemand will dir geräuschen, Ugi-Bugi, weil du hässlich bist. Aber egal. Wie besiegen wir jetzt diesen Boss? Wie gesagt, ab hier ist Blind. Moment, den hab ich noch nie gehabt. Ich bin gespannt. Kann ja nicht so schlimm sein. Komm, wir gehen einfach mal da rauf. Ne, da kommen wir gar nicht rauf. Komisch. Warum nicht? Muss ich da drauf? Ey. Ach so. Okay, aber jetzt hat er das... Nein, was war das denn? Da fuk. Ähm. Ich will da rauf. Hallo? Was geht denn hier ab? Ey. Ey, hau ab da mit deinen dreckigen Würfeln. Ich will da rauf. Jetzt geh doch. Oh mein Gott. So ein Boss hab ich auch noch nicht gesehen. Ach, wie Schande. Wir seht auch noch jetzt Messer oder was? Ne, ist klar. Könnt ihr mal springen, Donald und Goofy? Ihr seid echt unnütz manches Mal. Ja? Nett. Jetzt komm ich da schon wieder nicht rauf, weil es die falsche Plattform ist. Ne, ist schon klar. Doch, das nützt was. Aber auch nur halb. Mann. Wir waren auf einer falschen Plattform. So. Lass mich hier rauf, Ugi-Bugi. Du bist so ein Idiot, ne? Lass mich da rauf. Halt die Schnauze, Mann. Ah, okay. Lass mich hier auch rauf. Wo ist der denn jetzt? Oha. Oha. Also. Nein, ich will mich nicht heilen. Ich will ein Aero haben. Geht doch. Ja? Komm. Komm, lass mich hier rauf. Gut. Endlich kann ich dir das geben, was du brauchst. Du dämlicher Penner. Komm schon, Sonic Stoß. Meine Güte. Nein. Oh Gott. Ist der schwer. Der ist nicht schwer an sich, sondern nur nervig. Hey, ich könnte vielleicht ein bisschen Äther gebrauchen, Freunde. Nein. Springt. Ihr müsst doch... Äh. Ihr müsst doch nur nicht springen. Haha. Witzig. Aber selber verkehrt machen, E-Gamer. Ja. Ja. Wo lang geht der jetzt? Hier lang. Sehr gut. Sehr gut. Mit Donald und Goofy im Schlepptau. Das schaffen wir jetzt. Geh down. Komm schon. Komm schon. Wir geben dir das, was du brauchst. Nein. Nee, ist schon klar. Ja. Ja. Kommt. Der hat doch nicht mehr lange hier. Oha. Okay. Ganz locker bleiben. Wir müssen Ugi Bugi folgen. Ah. Der ist doch nicht normal. Der Boss ist doch nicht normal, oder? Komm. Geh hier. Mach doch dein Teil. Ja, gut. Jetzt hab ich Glück gehabt. Ich hoffe, das war der richtige Plan hier. Ja, gut. Jetzt ist er dran. Das schafft er nicht mehr. Fahr zur Hölle. Ugi. Bug, Bug. Nein. Du Mistlurch. Du bist ein Mistlurch bist du. Oh, Baby. Ich mag auch Baby, Baby sagen. Gib mir doch mal eine Äther. Bitte. Ich brauch Äther. Hilfe. Was macht er denn da? Ja? Nee, ist klar. Komm, 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 komm. Komm. Sei ein braver Ugi Bugi. Und lass... Was machst du da? Was macht er da? Ich verstehe nicht, was das ganze Theater da soll. Mach die Plattform jetzt rauf. Sofort. Ey, Sora wird langsam sauer und ich auch. Ha. Geschafft. Geschafft, Leute. Wir haben ihn. Und down. So, Ugi Bugi. Das war dein Ende. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Herz war letztendlich doch eine Fehlkonstruktion. Heiligen Ring erhalten, Ansembericht 7 erhalten. Woh! 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 Boah, ist der plötzlich so groß? Wieso ist der plötzlich so groß? Seht doch, er ist randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Ugi-Bugi zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln. Also müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Na super, Bosskampf ist noch nicht vorbei, Freunde. Allerdings, Mist, ich komm nicht ins Menü. Das ist schlecht. Ich komm gerade nicht ins Menü, das ist verdammt schlecht. Also wir müssen diese Kugeln da vernichten. Hier die. Genau. Komm schon, geht down. So, einmal. Aber, ich hab, ich hab keine Zeit gehabt, jetzt hier, äh, die Dings reinzumachen. Neue, neue Päuschen und so. So, und noch eine Kugel ist weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir, glaub ich, hier rauf, oder? Ne. Dammit. Bin ich komplett runtergefallen. Komm schon, Ugi-Bugi, gib doch auf. Du kannst nix. Das haben wir dir jetzt oft genug bewiesen. So. Und weg. Ja, ja. Hangel dich daran, Soralein. Soralein ging allein. Und hat den dunklen Bugel, Bugel, ne? Ne, Bugi geschlagen, ganz allein. Verdammt. Ich wollte das anders machen. Wie kommen wir denn da rauf? Ach so. Okay. Sollte glatt gehen. Wo haben wir jetzt hier? Da. Komm. Nervt mich nicht. Ich will hier. Wo kommt ihr denn jetzt her, Donald und Bufi? Fragezeichen. Ausrufungszeichen. Meine Güte, Bufi, von den Kugeln gibt's denn hier? Merkwürdig. Ah. Komm. Gib mir mal Wind. Bräuchte ich eigentlich nicht, aber komm. Vorsichtshalber. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, nee. Ist klar. Verzieh dich. Wo ist die letzte Kugel? Wir brauchen noch ein paar Kugeln. Nein. Damn it. Wenn ich doch jetzt nur mal wüsste, wo es hier lang geht. Muss ich da rein? Nee. Ey, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Nee, ist klar. Ist echt klar. Ich brauch Wind. So. Wo ist denn jetzt die letzte Kugel? Nein. Der hat mich verarscht. Der hat mich jetzt echt verarscht. Ich fühl mich sehr getrollt gerade. Hab ich die unten vergessen? Kann ja durchaus sein. Ähm. Ich geh mal da rein. Kann ich nicht. Also müssen wir hier außenrum überall lang gehen. Moment. Geh mal von hinten jetzt da dran. Ich glaub, da ist die letzte Kugel. Hau ab. Mist. Das kann ich mir noch nicht mal Aero mehr verpassen. Donald, zauber mir ein Aero her. Ah. Wenn der das mal tun würde, ne. Wärts ja schon mal okay. Aber er tut's ja nicht. Echt, Donald. Denkst immer nur an dich selber. Nein. Wieso komm ich denn da nicht lang? Ach so. Okay. Da ist auch keine. Da oben. Wir haben sie. Ich glaub, das ist die letzte. Und down. Jawoll. Geht doch. Jawoll, ja. Super, Sora. Ja. Anfänger. Super, GTA. Super, GTA. Man. Oh, mein Gott. Die Kraft der Sterne erhalten. Gravitas hat sie zu Gravitra entwickelt. Sally, warum habe ich nicht zu dir gehört? Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlose Halloweenfest wohl streichen. Ja, solltest du tun. Hier, das schenke ich dir. Zora hat Kokoribita erhalten. Besuche uns jederzeit wieder, Zora. Das nächste Halloweenfest wird das geholt gruseligste aller Zeiten. Gefühle, Erinnerung. Wir haben alle nötigen Zutaten benutzt. Was braucht man denn noch, um ein Herz zu machen? Was ist ein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Tja, keine Ahnung, keine Ahnung. Als musst du schon selber dir die Antwort geben, was ein Herz ist und wofür es schlägt. Ja, meine lieben Freunde, haben wir ja gut gemeistert, diese Welt. Hätte ich nicht gedacht. Denn, äh, ja, ich war halt blind. Was soll ich euch da sagen? Wir haben es aber gemeistert und da bin ich sehr stolz auf mich. Denn ich komme immer weiter. Du ist Kind im Harz. So, oh, Furcht, Angst und Schrecken. Ohne Oogie Boogie ist es ruhig in Halloween Town. Also machen wir etwas Stimmung. Diese Ruhe ist öde. Ich werde nichts Böses mehr tun. Vorläufig jedenfalls nicht. Ich werde Furcht und Schrecken im Auge behalten. Ja, Unfug treiben mag ich sowieso nicht. Aber ich will auch nicht ausgeschlossen werden. Ja. Äh, okay. Ich glaube, ausgeschlossen möchte keiner werden. Und, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts 1.5 HD Remix wieder. Ich freue mich. Wir haben diese Welt auch abgeschlossen. Wir haben die sogar noch sehr gut abgeschlossen, wie ich finde. Und, ja, wenn euch der Part gefallen hat, wenn euch diese Welt gefallen hat, gebt dem Part doch einen Daumen hoch. Hinterlasst mir doch einen netten Kommentar. Bis dann, euer Let's Play Gamer.